RM 2024, Cristiano Ronaldo und Portugal vortausenden Fans in Gütersloh, 13 Flitze stören Training Cristiano Ronaldo und andere bedankten sich vor dem ersten Spiel der Europameisterschaft bei den vielen deutschen Fans. Am Freitag enthüllte die portugiesische Nationalmannschaft bei einem öffentlichen Training in Gütersloh vor mehr als 8000 Zuschauern ein großes Banner mit der Aufschrift Obrigado Alemania, Danke. Schließend musste die Polizei 13 Flitze vom Rasen entfernen. Deutschland Laut Polizei befanden sich noch viele andere Fans vor dem Stadion. Darüber hinaus wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem Personen versucht hatten, über den Zaun in das Stadion zu gelangen. Ein 16-jähriger Junge aus Bielefeld verletzte sich an der Hand und musste im Gütersloh Krankenhaus behandelt werden. Auch zwei weitere Besucher versuchten, mit gefälschten Eintrittskarten ins Stadion zu gelangen. Auch gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem versuchten während und gegen Ende des Trainings Menschen, in die Arena einzudringen. Sogenannte Raser, zehn Erwachsene und drei Kinder, wurden jeweils aus der Arena eskortiert, teilte die Polizei mit. Schulungsteilnahmegeschenkbette beantragen Sie vorab ein kostenloses Ticket. Portugal ist in die EM-Heimstätte Haselwinkel umgezogen. Zum ersten Mal in diesem Wettbewerb wird es für die Portugiesen ernst, denn am Dienstag steht in Leipzig das Qualifikationshinspiel gegen Tschechien an. Weitere Gegner in Gruppe F sind Türke und Georgien. Erhalten Sie Sportnachrichten auf WhatsApp, abonnieren Sie jetzt kostenlos den Eurosportkanal. Das könnte Sie auch interessieren, erstes EM-Tor, Wirtz schreibt Dabbelgeschichte.